Also ich wundere mich ja, dass du überhaupt Zeit hast für unseren kleinen Podcast. Ja, die nehme ich mir natürlich. Es gab ja diesen unsäglichen Bericht im NDR am Montag. Das erzeugt so viel Frustration hier bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Es ist der Wahnsinn. Ja, es wird ja von illegalen Tierversuchen gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten. Das ist der Podcast, bei dem wir über Tierversuche sprechen. Das machen wir auch heute wieder. Und wir, das sind wie immer, Johannes Beckers, der mir zugestaltet ist aus München. Hallo Johannes. Roman, ich grüße dich. Johannes ist Diabetesforscher und Professor an der TU München und lehrt dort im Fach Genetik. Und mein Name ist Roman Stilling. Ich arbeite als wissenschaftlicher Referent für die Informationsinitiative Tierversuche verstehen und bin ausgebildeter Neurobiologe. Und wir wollen heute, ja Johannes, was wollen wir heute machen? Ach Roman, was für eine Woche. Also ich wundere mich ja, dass du überhaupt Zeit hast für unseren kleinen Podcast. Ja, die nehme ich mir natürlich. Ich könnte mir vorstellen, bei euch ist einiges los diese Woche. Das ist richtig, ja. Ja, es gab ja diesen unsäglichen Bericht im NDR am Montag. Also das erzeugt so viel Frustration hier bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und beim Tierpflegerpersonal. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist tatsächlich auch genau der Eindruck, den ich gewonnen habe in den letzten Tagen. Vielleicht ein kurzer Transparenzhinweis. Ja, mach mal. Wir zeichnen heute am Donnerstag auf. Das heißt, wir sind jetzt noch in der Woche, bevor dieser Podcast am Dienstag ausgestrahlt wird. Der 23.11., genau. Der 23.11., genau. Und jetzt am Montag, gerade am 20.11. kam eine Fernsehsendung. Vielleicht hole ich eben die Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Ja, mach mal. Im NDR wurde das ausgestrahlt und zwar im Rahmen der Sendung 45 Minuten. Das ist ein, ja, ist das ein investigatives Format, so wie Panorama oder Monitor oder so. Und da ging es um Laborhunde. Genau. Sollte es gehen, vordergründig zumindest. Das wird auch gezeigt, also es geht auch um Laborhunde, aber es geht auch natürlich breiter um das Thema Tierversuche. Also nicht nur um die Hunde speziell, wobei das natürlich auch einen Großteil des Films füllt. Und ja, also seitdem der Film bei YouTube und in der Mediathek und auch abends im linearen Fernsehen ausgestrahlt wurde, ja, stehen hier E-Mail, Postfach und Telefon eigentlich praktisch kaum noch still, weil sich wirklich aus allen Teilen der Republik und aus allen Communities, die irgendwie was mit dem Thema zu tun haben, der absolute Widerstand regt, was da denn wohl passiert ist. Und was vielleicht ganz interessant zu wissen ist, ist, dass wir ja wussten, dass dieser Film kommt. Und wir waren ja sozusagen als Tierversuche verstehen, auch in gewisser Form daran beteiligt. Wir waren nämlich angefragt worden von dem Redaktionsteam. Und unser Sprecher Stefan Treue wurde auch dazu interviewt. Jetzt kann man sich, wenn man den Film anschaut, sieht man den Treue nicht. Das liegt daran, dass er halt einfach nicht die Szenen oder das Interview nicht für den Film mit reingenommen hat. Was auch schon mal interessant ist. Überhaupt ist in der ganzen Vorbereitung darauf so der Eindruck entstanden, dass da das Rechercheergebnis eigentlich schon feststand und man sich aber natürlich mehrere Stimmen noch reinholen wollte, damit man hinterher sagen kann, ja, wir haben ja auch die Wissenschaft gefragt, wie sie dazu stehen. Es war aber nicht klar, dass es um Laborhunde gehen würde. Es war auch nicht klar, dass in der Recherche, und das ist auch noch ein weiterer Punkt, der da noch mit reingemischt wurde, die Behörden abgefragt wurden, wie viele Verstöße es gegeben habe in den letzten Jahren gegen geltendes Recht. Also da ging es ja ein bisschen um das Thema, wird denn überhaupt richtig kontrolliert? Genau, wird denn überhaupt richtig kontrolliert? Einerseits die These aufgeworfen, nee, es wird eigentlich gar nicht richtig kontrolliert, denn angeblich würden die immer vorher angekündigt, diese Besuche. Das ist sicherlich nicht so, dass sie immer vorher angekündigt werden. Aber sie werden halt oft vorher angekündigt, weil man natürlich auch die entsprechenden Personen treffen möchte, die für den Tierversuch verantwortlich sind. Mit denen will man natürlich auch reden und die müssen einem natürlich auch zeigen, wie man dann Sachen dokumentiert und ähnliches. Genau. Ja, also es fehlt in der Kontext. Entschuldige, einerseits der Vorwurf, also es wird nicht kontrolliert, und andererseits, dass man eben bei der Kontrolle eben auch schon mal feststellt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Das Schlimme ist dann die Verallgemeinerung, die daraus geschlossen wurde, finde ich, dass eben in der Forschung Dinge passieren, die, oder ja, Forschung gemacht wird, die nicht in Ordnung ist. Das ist eine ganz grobe Verallgemeinerung. Ja, es wird ja von illegalen Tierversuchen gesprochen. Das war der Begriff, genau, ja. Genau, und dann wird halt gesagt, irgendwie Abweichung von den Genehmigungen. Ich habe das kürzlich in einem Interview für den WDR 5 auch schon mal so ein bisschen versucht, einzuordnen. Eine Abweichung von der Genehmigung hat man schon, wenn man zum Beispiel ein anderes Schmerzmittel einsetzt, als in dem Antrag steht, weil zum Beispiel das Mittel, was man eigentlich einsetzen wollte, gerade nicht lieferbar ist oder so. Ja, genau. Also das soll das jetzt natürlich nicht verarmlosen. Es mag durchaus da echte Verstöße gegeben haben, das wissen wir natürlich alles nicht, weil die Rechercheunterlagen ja nicht öffentlich sind. Das wird ja einfach da behauptet und es wird halt vermischt und wir wissen nicht ganz genau, was da jetzt konkret vorgefallen ist. Genau, ja. Ja, also das Schlimme, weißt du, was mich so ärgert ist, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo die Wissenschaft wirklich, ich meine, wir machen das ja auch, ja. Wir sind der Überzeugung, man muss transparent über Tierversuche berichten. Wir machen das, wir bemühen uns, wir wollen das sachlich darstellen. Es gibt die Transparenzinitiative, da schließen sich immer mehr Institutionen an und sagen, ja, das ist richtig, wir müssen darüber reden, was wir machen. Und dann kommt so ein Bericht, wo jeder sagt, ja, also da siehst du doch, was passiert, wenn man Journalisten reinlässt. Also das finde ich so frustrierend, weißt du. Und das gibt natürlich jetzt natürlich allen, die sagen, nee, wir müssen hier die Schotten dicht machen. Wir lassen keinen rein. Die kriegen dadurch natürlich alle Futter jetzt wieder, ne? Ja, das muss ich auch ehrlich sagen. Also wir haben auch wirklich jetzt in letzter Zeit mit vielen Tierpflegenden gesprochen, teilweise auch welchen, die tatsächlich mit Hunden zu tun haben. und denen wirklich, die wirklich richtig wütend waren, ja, über das, was sie da gesehen haben. Dass teilweise, ne, wie mit den Hunden umgegangen wird, wie dargestellt wird, dass die da gequält würden und alle traumatisiert sind und so weiter und so fort. Also es fehlt einfach die komplette Perspektive. Und ich kann auch in gewisser Weise verstehen, dass die dann in der Sendung sagen, ja, wir durften nirgendwo filmen, ne? Ja, also die hatten ja mehrere Firmen auch angefragt, die die Hunde halten. Ich kann aber auch vollkommen verstehen, jeden, der sagt, also unter den Umständen, ja, an der Art der Fragen merkt man ja sozusagen, was die eigentlich wollen. Ja. Lassen wir die nicht rein. Also Transparenz, ja, aber halt nur bei echtem Interesse und nicht bei, wir wissen eigentlich schon, was wir sagen wollen, wir brauchen jetzt noch Bilder dazu. Genau. Und wir schneiden das dann genau so, dass ihr besonders schlecht aussieht. Also das fand ich ja auch nicht okay, wie das da gemacht wurde, ja. Und dass dann auch so Interviews, wie das mit dem Professor Treue rausgelassen werden, das ist einfach nicht in Ordnung. Was mich ja dann auch noch gestört hat bei dem Beitrag, war die meiner Ansicht nach sehr starke Überbewertung von Alternativmethoden, In-Vitro-Methoden. Da wurden ja zwei Firmen, wurden ja da ganz klar hervorgehoben, Tissues und Roche. Da wurden ja relevante Personen befragt und es wurde ja so dargestellt, das eine war das Beispiel der Leber in so einer Kollagenmatrix. Das ist natürlich richtig, die können dafür humane Zellen verwenden. Das ist ein Riesenvorteil dieser Alternativmethode. Aber das ist natürlich noch was ganz anderes als eine echte Leber, die in einem Organismus drin ist, wo halt so eine Leber vaskularisiert ist, also wo Blutgefäße durchlaufen, die innerviert ist, die ausgesetzt ist einem Immunsystem. Das ist natürlich noch mal was ganz anderes als so eine In-Vitro-Leber in einer Kollagenmasse. Das hat mich auch geärgert, dass das so gezeigt wurde. Ich glaube, ein Ausdruck war sogar, man könnte einen halben Menschen auf einen Chip bringen. Das ist ein völliger Unfug. Und vor allen Dingen die Leute, die das machen mit ihrem Tissue Engineering, das ist super, das ist toll, wir brauchen das. Und das ist total klasse, mit diesen Experten zu reden, die das machen. Ich bin in Thesis-Committees drin, wo das auch gemacht wird. Die machen fantastische Forschung. Aber auch die sagen, wir brauchen natürlich auch noch das Mausmodell oder das Tiermodell, um überhaupt zu sehen, wie gut sind denn unsere In-Vitro-Systeme. Das fand ich völlig überbewertet in diesem Beitrag. Und die haben auch keine wirklichen Experten da gefragt. Also das fand ich auch schade. Ja, also ich glaube, jeder vernünftige Wissenschaftler würde das niemals overstaten, was er sozusagen gerade mit seinen Methoden versucht zu machen. Also in ein paar Szenen kommt das ja durchaus auch zur Sprache. Was ich halt krass finde, ist sozusagen am Ende das Fazit des Films ist ja, es gibt Alternativmethoden, die Leute sind nur unwillig, sie einzusetzen. Ja, das wird ja auch immer wieder betont. Zwischendrin dürfen ja mehrere Leute sagen, es gäbe irgendwie eine Lobby, die da irgendwie gegenarbeitet. Und das natürlich, also es könnte falscher nicht sein. Es ist also an so, so vielen Ecken und Enden einfach, fehlt ganz wichtiger Kontext. Es sind Sachen ausgelassen. Es werden Dinge behauptet, aber nicht eingeordnet. Und das ist halt wirklich, also das schädigt einfach an vielen Ecken und Enden. Und um nochmal darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ich glaube auch, dass es zu einem Zeitpunkt kommt, wo wirklich eigentlich viele sagen, ja, wir wollen eigentlich viel offener darüber kommunizieren. Und ich hoffe, dass es eben nicht so passiert, wie du gerade sagst, schottendicht, sondern ich hoffe, dass genau das Gegenteil passiert und sagt, wir müssen jetzt endlich dann noch viel mehr offener darüber reden. Und damit sich sozusagen dieses, der Eindruck, dass man mit diesem Framing, wir decken hier jetzt mal was ganz Schlimmes auf, es ist alles schlimm, es wird nicht kontrolliert, es wird, die Genehmigungsbehörden sind nur ein Feigenblatt, die Tiere leiden massiv und das wird alles runtergespielt, dass wir damit irgendwie sozusagen komplett aufräumen können und dass halt sozusagen Berichte auch möglich sind und auch, ja, sozusagen gewünscht sind, die das zeigen, wie es wirklich ist und nicht einfach nur sozusagen den Skandal suchen und es irgendwie aufs Maximale übertreiben wollen. Ja, ja, genau. Du und ich glaube, also wo wir jetzt beim Thema Wissenschaftskommunikation ja quasi sind, ich finde, du hast einen super Punkt gemacht, du hast einen Artikel geschrieben für Wissenschaftskommunikation und da hast du den Punkt gemacht, dass ein Fehler in der Kommunikation in den letzten Jahren auch gewesen ist, dass man das sehr stark dissoziiert hat. Also einmal die Kommunikation über Tierversuche und die Kommunikation über Forschungsergebnisse. Also man diskutiert entweder über Tierversuche oder man diskutiert über die tollen neuen Forschungsergebnisse und vergisst dann dabei, darüber zu reden, wie diese Forschungsergebnisse entstanden sind, nämlich auch im Tierversuch. Und diese Dissoziation, die führt natürlich immer dazu, dass man immer nur mit bestimmten Leuten spricht. Und das finde ich ja auch bei unserem Podcast hier eigentlich, ich meine, wir bemühen uns ja wirklich darum, das so ein bisschen zusammenzubringen. Also so ein bisschen die, was gibt es für tolle Forschung und wo war da eben auch der Tierversuch dabei? Ich glaube, das ist auch, also ich glaube, das machen wir ganz richtig hier, oder? Genau, das versuchen wir ja immer. Also ich wurde von der Plattform wissenschaftskommunikation.de angefragt, die wird von unter anderem Wissenschaft im Dialog betrieben. Und mal darüber zu schreiben, so wie mein Eindruck ist, wie die Wissenschaftskommunikation zum Thema Tierversuche aussieht. Und ich habe dann versucht, mal so ein bisschen herzuleiten, so woher kommt das eigentlich, wo sind wir eigentlich in dieser gesellschaftlichen Debatte und wie sieht Wissenschaftskommunikation zum Thema Tierversuche heute aus? Ich meine, ich mache das ja jetzt auch schon seit ein paar Jährchen hier. Und genau, das war mir ein ganz wichtiger Punkt, darauf aufmerksam zu machen, dass halt wir irgendwie ganz oft, und im Prinzip hat dieser Podcast ja auch so gestartet, und ich finde, wir haben da eine ganz gute, und vielleicht mögen die Hörerinnen und Hörer uns darin bestätigen, ob das denn tatsächlich so ist oder ob wir das nur so denken, so eine Wendung hingelegt. Wir haben halt auch geguckt, okay, wir wollen uns erst mal auf Tierversuch-spezifische Themen konzentrieren und versuchen, das aber mehr und mehr auch immer in den größeren Kontext zu stellen, der Forschung, der Biologie. Ja, mit der tollen Biologie. Also wir wollen eigentlich Werbung für Biologie machen, also nicht für den Tierversuch. Ja, genau. Und das haben wir gar nicht, das war gar nicht wirklich so eine bewusste Entscheidung, dass wir das jetzt irgendwie strategisch gemacht haben, sondern wir sehen einfach, dass das sozusagen, ja, einfach, dass das so natürlich einfach passiert. Wenn man darüber breiter spricht, dann muss man das im Kontext sehen. Also es ist kein isoliertes Thema. Es gibt auch nicht, und das wird ja auch leider immer wieder in Diskussionen immer gesagt, der Tierversuch. Es gibt nicht den Tierversuch. Es gibt total viele verschiedene Tierversuche. Es sind immer Einzelfälle. Und vielleicht kann ich in dem Zusammenhang auch nochmal auf eine frühere Folge von uns hinweisen, weil auch das war ja in der NDR-Recherche drin, dass dieses ganze Genehmigungsverfahren nur ein Feigenblatt wäre, weil ja 95 Prozent genehmigt werden. Also es sind ja die Argumente, die hören wir ja alle auch schon seit Jahren und jetzt. Und das haben wir ja sehr schön in der allerersten Staffel schon, Folge 6, da habe ich gerade nochmal nachgeguckt, schon besprochen. S1, E6. Genau, da geht es. Wie läuft dieses Genehmigungsverfahren ab? Ja. Und ja, ich meine, natürlich sind 95 Prozent, ist natürlich ein hoher Anteil, der genehmigt wird, aber es wird eben auch nicht alles genehmigt. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass die Auswahl, die erfolgt, bevor das überhaupt in diese Ethikkommission reinkommt. Also erstens wird in den Institutionen natürlich genau geschaut, was gehen denn hier für Tierversuchsanträge raus. Also für unser Zentrum kann ich es auf jeden Fall sagen, das wird sehr, erstens geht da sehr viel Arbeit rein, Monate von Arbeit, das ist wie ein Hausbau, ja, also von den Formalitäten her. Klar. Und natürlich überlegt man sich das zigmal, ja, wie mache ich das richtig, wie mache ich das am besten? Und dann gibt es eine Genehmigung, ob das Ding überhaupt raus darf, ja. Das heißt, die Tierschutzbeauftragten schauen da erst mal drauf. Und dann geht es erst in die Behörde und dann sagt die Behörde möglicherweise nochmal, da fehlt noch was, ja. Und dann ist das noch lange nicht in der Ethikkommission gewesen, ja. Also da passiert sehr, sehr viel, bevor das überhaupt in die Ethikkommission kommt. Die Ethikkommission sieht eigentlich nur die guten Anträge, sage ich jetzt mal. Ja, und selbst dann kann das auch sein, dass sie auch Anträge sehen, wo natürlich dann, wenn verschiedene Expertise zusammenkommen, ganz viele Rückfragen entstehen, ne. Also, oder man sagt, unter den und den Umständen würden wir aber was anderes vorschlagen oder so, ne. Also da entsteht ja eigentlich auch wirklich dann nochmal die Rückkopplung mit den Antragstellern und so weiter. Und bis dann sozusagen mal ein Antrag genehmigt wird, da passiert ja ganz viel davor. Und du hast gerade gesagt, das ist wie ein Bauantrag. Und im Endeffekt ist es auch so. Also auch bei Bauanträgen würde man ja, wenn man guckt, wie viele werden denn genehmigt, eine sehr, sehr hohe Zahl finden. Obwohl natürlich ganz viele Leute beklagen, mein Bauantrag wird nicht genehmigt. Wie passt das zusammen? Das passt so zusammen, dass halt ja die Behörde auch dafür da ist und dieser Genehmigungsprozess dafür da ist, die Anträge genehmigungsfähig zu machen, selbst wenn sie eingereicht werden, noch nicht sozusagen allen Ansprüchen zu 100 Prozent genügen. Man müsste das eigentlich, wenn man wissen, wenn man sich wirklich dafür interessiert und fragt, wie viele Anträge gehen denn sozusagen in den Prozess rein und wie viele werden hinterher genehmigt, so wie sie vorher waren, dann müsste man sagen, wahrscheinlich fast keiner. Und dieses Prozedere, was da in diesen Zwischenschritten abläuft, das eben genau dazu da, um die Anträge so gut wie möglich zu machen, die Versuche, die hinterher tatsächlich durchgeführt werden. Und dafür natürlich braucht, also wenn es so wäre, dass das einfach nur abgenickt wird, wofür brauchen wir denn dann die Kommission? Wofür brauchen wir denn dann die Tierschutzbeauftragten und die Behörde? Dann kann man ja einfach sagen, wir stellen einen Antrag, der wird genehmigt, bummsfertig aus. Dann würde das auch einfach ganz schnell gehen und wir bräuchten uns nicht irgendwie die ganze Mühe machen. Das ist ja die Behauptung, die dahinter steckt, dass man eigentlich das gar nicht bräuchte. Aber tatsächlich ist doch dieses Verfahren genau dazu da, sicherzustellen, dass bestmöglicher Tierschutz und bestmögliche Forschung zusammen möglich sind. Genau, so sollte es sein. Aber jetzt gibt es ja noch einen Sonderfall. Dieser Sonderfall findet statt in Bremen. Ich glaube, du hast da die Details besser drauf als ich. Magst du mal kurz erzählen? Ja, Bremen ist ja sowieso seit langem ein heißes Pflaster für das Thema Tiersuche, weil seit, ich glaube jetzt fast 20 Jahren, der Professor Kreiter Affen da hat und mit denen Hirnforschung betreibt. Und das ist ja immer schon hoch umstritten gewesen in der Bremer Bürgerschaft, also in der Politik dort. Und es ist jetzt so, dass halt jetzt mal wieder ein Antrag für einen neuen Versuch eingereicht wurde. Und da hatte die Behörde kurioserweise, schon bevor sie das Schreiben, den Bescheid rausgeschickt hat, schon angekündigt in der Presse, sie wolle das gerne ablehnen. Vorab. Ja, genau, vorab. Und das ist jetzt auch passiert. Also ist auch abgelehnt worden. Ja. Es gab da offenbar mehrere Gutachten, die eingeholt worden sein sollen. Die liegen mir nicht vor, die sind auch nicht öffentlich. Ja. Was halt total interessant ist, ist, dass darin begründet wird. Und es gibt auch eine Pressemitteilung der Behörde dazu, warum sie das abgelehnt hat. Ja. Und was sie im Kern eigentlich sagt, ist, erstens mal müssen wir, will sie die Schmerzenleihenschäden, also die Belastung für die Versuchstiere, viel höher bewerten, als das bislang und auch im ganzen Rest der Republik überall so Usus ist. Okay. Und dann will sie sagen, dagegen zu halten, wir haben es ja immer mit der Abwägung zu tun. Dagegen zu halten ist halt sozusagen der Erkenntnisfortschritt oder der Nutzen sozusagen, der sich für die Menschheit daraus ergibt und der sei überhaupt nicht nachweisbar, weil es ja keinen klinischen Nutzen gibt. Obwohl ganz klar ist, dass es ja eine grundlagenwissenschaftliche Fragestellung ist. Und was sie jetzt sagen, und das ist wirklich, also meiner Meinung nach, gehört das aufs Schärfste kritisiert, auch aus allen Bereichen der Forschung, dass sie wirklich sagen, auch der Grundlagenforschung sei der klinische Nutzen zuzurechnen. Also es müsste einen klinischen Nutzen geben, in greifbarer Nähe. Sonst sei der Versuch in der Grundlagenforschung nicht ethisch vertretbar. Das ist die Einschätzung der Behörde. Dann hätten wir keine Corona-Innenstoffe gehabt. Nee, genau. No way. Also haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das geht zurück auf Experimente in den 80ern. Genetische Experimente, um zu schauen, wenn ich RNAs injiziere, mache ich da Protein draus, kann ich da Phänotypen mit wieder zurückbringen, retten. Sogenannte Rescue-Experimente, das war in den 80ern, letztes Jahrhundert. Die haben nicht dran gedacht, kann ich das als Virenstoff benutzen. Nee, also was so ein Satz halt wirklich zeigt, ist, also man versteht einfach den Forschungsprozess überhaupt nicht. Man versteht gar nicht, wo die ganzen Sachen herkommen. Und das ist auch genau, finde ich, mein Punkt, wo wir auch sagen müssen, okay, da müssen wir auch wirklich noch viel besser erklären, woher das alles kommt. Ich muss es jetzt noch mal sagen, Grundlagenforschung heißt nicht, ich habe keine Fragestellung oder keine Hypothese. Grundlagenforschung heißt, ich habe nicht einen direkten Bezug zu einer Anwendung. Grundlagenforschung heißt nicht, ich mache, was ich will. Heißt, ich habe eine konkrete Fragestellung, aber die ist nicht dazu da, um das direkt in ein Produkt reinzubringen. Alles, was wir aber an angewandter Forschung haben, geht irgendwann mal zurück auf Grundlagenforschung. Das ist doch verständlich, oder Roman? Ja, ich finde schön, dass du dich darüber aufregst und du hast auch vollkommen recht. Ich lese immer wieder, dass Grundlagenforschung ist zweckfrei. Das ist völliger Quatsch, ist es nicht. Sie ist nicht zweckfrei und sie ist auch nicht beliebig. Auch die Fragestellungen, die dahinter stehen, sind nicht beliebig, sondern man sucht sich natürlich Dinge raus, die man wissen und verstehen will, um damit dann irgendwie weiterzukommen, um irgendeinen gewissen Fortschritt zu erzielen. Und deswegen ist das natürlich nicht beliebig. Und es ist auch, also es ist doch klar, dass man sich für Dinge interessieren muss, dass man sagt, ich will was Neues erfahren, dass man neugierig sein muss und dass das Neugier getrieben ist. Aber letztendlich ist es nicht irgendwie willkürlich und beliebig und jeder macht irgendwie so heute so, morgen so, sondern man hat doch, also man hat halt ne Frage und das ist halt ne wichtige Frage und wenn die wichtig genug ist, dass man dafür Tieren Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, dann überlegt man sich einen Plan, ja, mit einem Tierversuchsantrag. Und dann gucken auch noch andere Leute drauf. Ach Mann, ey, so ne blöde Woche. Ja, es wird weitergehen. Also, was jetzt in Bremen allerdings passiert, ist offen. Es gibt jetzt erstmal die Ablehnung, das heißt zum 30.11. Das heißt wahrscheinlich, also wann wird unser Podcast ausgestrahlt? Nächste Woche Dienstag. Genau, also dann jetzt am kommenden Donnerstag, wenn ihr das jetzt hört, dann ist sozusagen erstmal Schluss in Bremen. Bis auf Weiteres und dann wird man sehen müssen, ob die Universität und Professor Kreiter sich gegen die Ablehnung irgendwie juristisch wehren, weil, also aus meiner Sicht wird es da auch noch eine Reaktion der Wissenschaft irgendwie geben müssen. Das denke ich auch, Freiheit der Forschung. Also ja, und gerade mit Bezug auf das, was wir gerade gesagt haben, also wenn die Begründung für die Ablehnung ist, wie gesagt, ich kenne ja das Schreiben nicht, wenn die Begründung für die Ablehnung ist, Grundlagenforschung muss eine Anwendung haben, sonst können wir das nicht genehmigen, dann denke ich, muss man das sehr stark zurückweisen. Dann ist es keine Grundlagenforschung mehr, genau. Da mischt sich halt, also Politik ein. Ich meine, Politik kann die Rahmenbedingungen setzen, ja. Klar, gesetzgeberisch da auftreten, aber sich sozusagen in konkrete Forschungsfragen einmischen und sagen, wer wie zu forschen hat und was. Gut, dann können sie gerne die Lehrstühle übernehmen. Dann können sie das ja machen, wenn sie so kompetent sind und das wissen. Genau. Aber ich werde zynisch, das ist auch nicht, das sollte ich lassen. Du, aber es ist, vielleicht auch so ein bisschen entsteht durch diesen NDR-Film da, so der Eindruck, dass also wahnsinnig viele Experimente an Hunden gemacht werden. Vielleicht sagen wir das auch nochmal, das sind 0,1 oder 0,11 Prozent in der letzten Statistik gewesen. Genau, und davon müsste man theoretisch sogar noch ganz, ganz viele Sachen abziehen, weil Tierversuche mit Hunden sind auch alle Dinge, die mit zum Beispiel Patiententieren an großen Universitätskliniken, also Tierkliniken stattfinden, in der Ausbildung von Tiermedizinern und so weiter. Das sind nicht alles die Experimente mit Begeln, auf die jetzt auch zum Beispiel in dem Film Bezug genommen wird. Also ich kann dir noch nicht sagen, weil ich da in der Statistik nicht so tief drin stecke, jetzt konkret, um wie viel Prozent das geht. Aber der, also auch der Bereich hier mit diesen Begelhunden, wo halt Medikamente oder Tiermedikamente getestet werden, ist nur ein Teil von dem wiederum, was an Hunden in der Tierversuchstatistik drin steckt. Also da muss man wirklich ganz vorsichtig sein und auch wenn man, ne, die Art und Weise, wie diese Statistik entsteht, da werden ja auch Tiere gezählt, die erneut in Verfahren verwendet wurden und so weiter. Das heißt, die eigentliche Zahl der Individuen ist viel kleiner als die Zahl, die erstmal da auch in dem Vorbericht zu der Recherche genannt wurde. Also wie gesagt, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man das alles rauskriegen, wenn man Leute fragt und sich da entsprechend tatsächlich Recherche betreibt, dann kann man viele interessante Dinge lernen und auch darüber erzählen und die auch erzählenswert sind. Aber das ist offensichtlich hier gar nicht gewollt gewesen. Du komm, soll man einen Deckel drauf machen? Ja, komm, wir machen für heute den Deckel drauf. Beim nächsten Mal geht es weiter, da haben wir hoffentlich wieder ein tolles Thema. Da haben wir den Deckel drauf. Alles klar. Deckel drauf. Weißt du was, ich mache jetzt einfach mal einen Shoutout an alle die tollen Tierpfleger und technischen Assistentinnen und Assistenten, die wir haben, die in den Tierversuchseinrichtungen bei uns arbeiten. Die machen einen super Job und ich will nochmal sagen, da geht es um die Gesundheit des Menschen, es geht um das Verständnis der Biologie, ihr habt eine tolle Aufgabe und ohne euch wird das mit der Wissenschaft nicht funktionieren. Also lasst euch nicht frustrieren durch solche Berichte wie die im NDR. Genau, das kann ich nur unterstützen, 100 Prozent. Vielleicht auch noch der kurze Hinweis, können wir auch nochmal ganz schnell in den Shownotes verlinken. Wir haben mal einen Film gemacht über ein Tierpflegeteam an der Uniklinik in Münster und ich finde, da wird das sehr, sehr deutlich, wie die tägliche Arbeit aussieht, wie reflektiert die auch damit umgehen. Ganz, ganz toll und auch von mir vielen Dank. Und wenn ihr diese Sendung mögt, dann bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Richtig. Drückt in eurer Podcast-App die entsprechenden Knöpfe, Glocken, Sterne, Pluszeichen, Häkchen, Herzchen, was auch immer das da jeweils der Fall ist. Ja, und wenn ihr uns unterstützen wollt, der Roman und ich, wir sind beide auch bei X unterwegs und bei LinkedIn und wenn euch das interessiert, diese Themen, also wir posten oft Dinge, die halt im Zusammenhang stehen mit Tierversuchen, da würden wir uns auch freuen, Unterstützung aus der Community, fände ich total klasse. Können wir bitte weiterhin Twitter sagen? Ich mag das nicht, dass das X heißt. Blöd, ne? Aber wir müssen mit der Zeit gehen, Roman. Ja, vielleicht. Gut, auf Wiederhören und bis zum übernächsten Dienstag. Ciao, ciao.